Ja, das geht ja noch nicht. Es fehlen uns ja überall, fehlen uns noch Teile. Ich muss die Scheibe drehen, um das Bild zusammenzusetzen. Ähm. Klar, und wenn es dann... Okay. Will ich dir sonst noch irgendwas, was ich brauchen könnte? Klar, und Perocke. Ich muss... Ja, oh... Oh nein, 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 okay. So, die erste Figur. So, haben wir hier. Achso, ha, guck mal. Triff mit Hälfte des Fahnenkreuzes, alles. Bäm. Champion-Gürtel. Oh Gott. Jetzt mini. Drehe die Bildrollen, bis die passenden Bilder erscheinen. Achso. Das heißt, hier muss... Ah, das war schon richtig. Okay. Da. Ah, das fehlen Nippel. Oh Gott, die Musik. So, was brauchst du noch? Du brauchst... Auf jeden Fall dein Gürtel. Hm. Und die, wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Okay. Verwenden dir die Zahnräder, um die richtige Reihenfolge oder Fotos wiederzugeben. Oh Gott. Ah. 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 Oh. Ich habe jetzt geschummelt. Das ist die Axt. Schramschlüsse, Handschuhe, aber alles hier draußen? Schweres auf das Pedal stelle, okay, was schweres haben wir noch nicht. Handschuhe, ach guck mal, das ist endlich mal ein Eimer. Warte mal, warte mal, vielleicht kriegst du es ja mit dem Wasseralber. Aus Phobien. Nee, falsch. Okay, klappt nicht. Kann ich nicht da reinwerfen? Guck mal, der Pfeil, der Kopf. Wenn ich ihn... Könnte ich die Schrauben abschrauben? Kann ich doch. Plap. 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 Juhu. Plap. Lässt du dich in den Unkleiderraum? Wie kann ich ihn ausschalten? Ausschalten. Weiß nicht. Jetzt kann ich mich umschauen. Alles klar. Kann ich auch direkt mal... So was wir noch hier machen. Die Schraube. Ah, hier ist das. Was war das? Oder? 5. Mai, 4. Mai. Das entscheidende Spiel des Tunes steht bald bevor. Wir haben Glück. Wir sind die Heimwissenschaft. Hoffentlich kommt Emily auch. Kein Zweifel, dass sie die beste Spielbiederin und das hübscheste Mädchen im Nächsten ist. 7. Mai. Wir haben es geschafft als den Meister. Außerdem habe ich den jährlichen Preis der Stadt verliehen bekommen und der gute Anklag ist in die Stadt zurückgekommen. Ich habe ihn seit einem Spielzeit auch immer gesehen. 11. Mai. Ich habe um Emelies Hand angehalten, als er die Frage sagt. Ohne Zweifel. Ich bin der glücklichste Freundin in der Welt. Pizze, bereit dich auf den Hübsack vorn. Es sind so viele Dinge hergegeben. Aber alle sind an. Es sind angenehm. Es ist schon okay. Ich werde mich heute noch anschauen. Klar kann ich uns gebeten zu und nach oben kommen. Now I remember Fred told me he loved me and asked me to marry him. I was so happy. Ich glaube das war auch alles, ne? Was ist das hier? Ah, da muss ein Emblem rein, okay. So, ich würde sagen, dann gehen wir aber erstmal hier. Machen das hier fertig. Ah! Au! Explosionen, hätte ich ein Stück gerassen können, okay. Haben wir jetzt zwei Figuren? Nö, wir haben immer noch eine, ne? Das ist doof. Wollen wir da rein? Äh, warte mal. Was fehlt uns da noch? Hier ist eine Schraube und... Ne, da wollte ich nicht hin. Da wollte ich hin. Was fehlt hier noch? Die Platine, ne? Da fehlt die Schraube. Schlage die Zahlen mit dem Hammer, um die Zähler auf Null zurückzusetzen. Okay. Okay. Dann geht es mir wieder. Du kannst da... Die Schraube. Die Schraube. Wie hab ich jetzt hier los? Dann pass die Schraube. Ja. Die Schraube. Und jetzt? Die Schraube. jetzt fehlt uns aber immer noch der karabinerhaken und hier fehlt immer noch die platine hauptschalter, zylinder, wo will ich hin? kleiner, hilf mir ach da ist die figur, guck mal geh mir mal gar nicht gesehen werde noch mehr drin Lass da so viel Sound machen? Guck mal, dass sie platziert. Jetzt können wir auch den Roboter da anmachen. Hi! Er hat eine Kugel handgefallen lassen. Hm. Warte. Fehlt immer noch der Karabinerhaken. So, aber jetzt... Warte. Ah. Jetzt, äh... Zack. Da haben wir den Karabiner. Also, jetzt... Danke. Findet zehn Unterschiede zwischen den Bildern in den Spiegeln. Hund, Trümpfe, Tasche, Rock. Heizkette. Lange Ärmel. Eins noch. Eins noch. Mal gucken, ob ich das finde. Hm. Nee, ich will keinen Tap. Und sie hat, glaube ich, hier kein Armband, ne? Da? Nee, das ist es nicht. Da. Alter. Das ist ja... Haken. Vermutlich, dann kommt das da hin. Benutze den Hinweis an der vorderen Tür und stelle die richtigen Bilder auf den Drehbahnenzylindern ein. Okay. Dann ist hier der Fisch. Da das Seepferdchen. Da der Krebs. Und hier der blaue Fisch. Alles klar. Das gefällt mir gerade nicht. Hey, Teddy. Ja, wir brauchen noch einen Reißverschlussfieber. Spunkkabel. Das ist bei der Papier, ne? Sieht nicht aus, als hätten wir hier Papier rumliegen. Deckel. Ergiebt. Okay. Das ist aber alles Lech. Was haben wir hier noch? Da ist die Zipper. Die Zipper von Teddy. Ich brauche einen Schlüssel, um sie auszuziehen. Genau. Aufzuziehen. So, Teddy. Das war ja jetzt schwer. Papier. So, wo war das hier? Es ist, es ist jetzt kristallklar. Die Zeichnung entwickelt sich, wenn man sie... Was? Ach so, ich muss... Ich musste hier halt... Das ist gerade noch da. Ist ja noch wer drauf. Ich habe eine lange Zeit nach meiner Flucht nach Emily gesucht. Sie hat die Stadt wohl zusammen mit all den anderen verlassen. Mechanische Hunde streuen durch die Straßen. Und die Stadt ist ziemlich unsicher. Gleich morgen früh werde ich mich in meinem Haus schleichen und ein paar Sachen zusammenpacken. Und diesen Ort für immer verlassen. Kann ich hier sonst noch irgendwas machen? Ich glaube nicht, ne? Ja. Ist wieder raus. Raus, raus. Raus. Batterie. Das ist ja auch ein Gebäude, aber da können wir glaube ich nicht viel mitmachen.